Als ehemaliger Innenminister freue ich mich natürlich über jeden, der sich hier in der Region engagiert. Und Florian gehört dazu. Erstens, weil er aus der Region kommt. Zweitens, weil er sich für viele Projekte jetzt schon einsetzt und dann als Bundestagsabgeordneter genau weiß, wo die Fördertöpfe stehen, die er angraben muss, damit in der Region die Vereine und kleinere Vorhaben genauso gelingen wie die großen Vorhaben. Also, ich werde ihn wählen und wer ihn nicht wählt, wird es merken.